Raphael Holz, also das 325. Wiener Davies Geschichte. Lassen Sie mal über den Sport reden. Es ist 1-2-1 ausgegangen. Wie schaut denn dein persönliches Fazit aus? Ja, ich glaube am Ende ein verdientes Unentschieden. Bisschen schade, dass wir nach einem 1-0 nicht länger die Führung halten haben können. Ich glaube, dann hätten wir noch die ein oder andere Konterschance bekommen, vielleicht aufs zweite Tor. Aber ich glaube, am Ende ist es ein gerechtes Unentschieden und ein solider, guter Auftakt ins 2018. Nach dem Führungstor, wart ihr da vielleicht ein bisschen zu euphorisch oder war es ein individueller Fehler beim Eckball aus deiner Sicht? Ja, ich weiß nicht, ob es ein individueller Fehler war. Es war ein Eckball halt. War, glaube ich, auch gut geschossen, gut am zweiten Pfosten. Und da gewinnt dann halt der, weiß nicht, der das Tor gemacht hat, das Kopfballduell. Und ja, dürfen wir natürlich aber nicht so bekommen. Raphael, neben dem sportlichen, hat es euch sehr viele unschöne Szenen gegeben und du warst in der Beginnphase gleich dabei. Wie würdest du es sehen? Wie hast du es deiner Warte gesehen? Ja, einfach nur lächerlich. Aber ich muss jetzt eh wieder aufpassen, was ich da sage, weil Vida eh wieder gegen mich verwendet oder gegen uns. Ich glaube, sie können machen, was sie wollen. Es gibt keine Konsequenzen. Ich werde klar getroffen hier, sieht man ganz klar. Dann in der letzten Minute haben wir eine riesen Konterschance, laufen Fans rein. Aber es passiert halt einfach nichts. Was hat der Schiedsrichter gesagt? Ich habe ihn jetzt gar nicht mehr gefragt. Da kann ich jetzt so nichts sagen müssen. Wie du von dem Wurfgeschoss getroffen worden bist, haben wir eigentlich mit einer relativ deutlichen Sanktion vom Schiedsrichter gerechnet. Und gefühlt war da das Spiel am Rande des Abbruchs. Wie war das für dich? Hast du dem Schiedsrichter gesagt, dass du getroffen worden bist? Oder war das einfach aus der Situation heraus? Ja, ich habe sie natürlich gezeigt. Wir waren ja kurz in der Kabine drinnen, hat er gesehen. Aber ja, er hat gesagt, wenn nochmal was passiert, dann ist ein Spielabbruch. Ich glaube, es ist ja dann sogar noch was passiert, aber war jetzt ja nichts. Aber wir Fußballer wollen natürlich, dass das Spiel zu Ende gespielt wird. Wie gesagt, ich habe vor dem Spiel gesagt, dass ich gerne hier spiele. La Ulla hat natürlich wieder anders geschrieben, dass ich mich auf die Rapid French freue. Ich habe gesagt, ich spiele gerne vor ausverkauften Haus, wie jeder Fußballer. Aber es soll fair bleiben und das hat nichts mit fair zu tun. In der Nachspielzeit dann noch die Szene mit den Zuschauern, die hineingelaufen ist. Die haben euch eine Torchance genommen. Besonders ärgerlich, oder? Ja, wie ich schon gesagt habe, war, glaube ich, eine riesen Konterschance für uns. Ist natürlich extrem schade, weil dann beginnt das Spiel bei uns wieder bei unseren Torhüter hinten. Aber wie gesagt, jetzt schon drüber, Spiel abhacken wieder. Wir bleiben jetzt optimistisch. Wir kriegen neue Spieler dazu jetzt wieder in den nächsten zwei Wochen mit Madl, Grünwald, Klein, Westermann, die aus der Mannschaft nochmal Qualität geben. Und dann bin ich überzeugt, wie ich es jetzt schon oft gesagt habe, dass die Austria am Ende wieder international dabei ist. Letzte Frage. Am Ende gefühlt ein gewonnener Punkt für euch, oder? Ja, ich weiß nicht, wer mal sagt, man spielt auswärts bei Rapid 1-1 vor dem Spiel. Nimmt man das natürlich gerne mit. Aber ich glaube trotzdem, wir dürfen nicht so schnell in den Ausgleich kriegen. Dann haben wir, wie gesagt, die ein oder andere Konterschance. Aber jetzt nehmen wir den Punkt mit. Jetzt warten interessante Wochen auf uns mit Lask, Matersburg, Atmira. Und dann bin ich überzeugt, dass wir wieder oben anschließen. Danke, Rafa. Und alles gut. Das 325. Wiener Tabis-Geschichte. Endstand 1-2-1. Lass es uns einmal Revue passieren. Wie war es denn für dich? Für mich war es sehr schön. Das erste Derby zu Hause war wirklich schön. Die ersten zwei habe ich gewonnen auswärts. Ja, es war halt am Anfang einmal sehr gut gespielt. Danach, wo wir wegen den Ausschreitungen, wo wir dann rausgegangen sind wieder, hatten wir eine Phase, wo wir 15, 20 Minuten, wo wir nicht gut gespielt haben, wo die Mitte komplett offen war. Und danach haben wir Vollgas gegeben. Wirst du die Phase mitbekommen? Welche denn? Die Mitte in den Ausschreitungen. Die erste Unterbrechung, die zweite. Ja, ganz ehrlich. Das passiert immer wieder. Wenn er schnell ausführt, da passiert nichts. Klar ist es nicht schön von unseren Fans, was sie da reingeworfen haben. Aber wenn er schnell ausführt und die Männer hatten ja auch Regenschirme mit. Zum Spiel selbst. Erste Halbzeit gefühlt die Austria besser. Zweite Halbzeit hat die ihren Chancen über Gewicht gehabt. Wie wirst es du Revue passieren lassen? Ja, genau so ist es. Ja, ich finde die ersten 10, 15 Minuten waren wir nicht schlecht. Also klar, wo ich gesagt habe, wo wir dann rausgegangen sind wieder, war es nicht gut von uns. In der zweiten Halbzeit waren wir ja viel aggressiver, haben wir die Mitte komplett zugemacht und da hatten sie, glaube ich, keine Chance mehr. Bist du da ein Mann für die wichtigen Tore gegen Salzburg im Tablettreffen? Suchst du dir das so aus? Ja, es sieht so aus. Klar ist es sehr schön, wenn man gegen die Austria trifft, also als Rappidium. War es schon extrem wichtig, auch nach dem Gegentreffen gleich zurückzuschauen? Ja, war sehr wichtig. Also ich glaube, dann wo wir die, ich weiß nicht, wer genau die Stange getroffen hat, wenn das reingeht, können wir da gewinnen. Das war auch die beste Phase wahrscheinlich in der Partie, weil da haben beide Mannschaften aufs Tor gespielt. Hat dann im Endeffekt am Schluss vielleicht ein bisschen dieser Nachdruck gefehlt, da auch wirklich diesen Sieg zu holen? Nein, wir wollten, das hat man, glaube ich, gesehen, dass wir das wollten. Aber klar, das ist ein Derby. Wir sind auch nicht zufrieden mit dem 1-1, aber schauen wir auf nächste Woche gegen den Mierer hoffentlich auch mal da die drei Punkte. Wie wichtig war das auch für dich, zurückzufinden, mit diesem Tor auch wieder eine Antwort zu geben? Du hast einen Fehler gemacht, du bist zurück, du machst dieses Tor, du stellst dich in den Dienst der Mannschaft. Ja, klar war es nicht schön, was ich da aufgehebt habe in den Urlaub, aber ich glaube, das ist die Geschichte, ich will heute und jetzt leben. Klar wäre es wichtig für die Mannschaft, für mich selbst, also wo ich das Tor gemacht habe, war ich voller Freude. Und ich habe mir gedacht, ja, das kann ich jetzt alles hinter mir lassen. Die Unterbrechung war nicht genug, dann war noch Platzstürmer am Schluss, da war alles dabei. Ja, heute war alles dabei, leider, ja. Was macht man da trotzdem? Auf die Fans wird immer wieder eingeredet, sie wissen, sie dürfen es nicht, aber es passiert immer wieder, du hast es gesagt. Als Spieler ist das ja auch nicht angenehm, wenn man da unterbrochen wird. Ja, klar ist es nicht angenehm, wenn man da wieder rein und dann wieder raus muss, das ist einfach nicht schön. Aber so ist es halt Fußball, wir können nicht wissen, was passiert und wir müssen jetzt leben mit den E-Punkten. Dankeschön. Christoph Motschein, das 325. Wiener Davids-Geschichte, am Ende ist es eins zu eins ausgegangen. Wie war es aus deiner Sicht, wie würdest du das jetzt tun analysieren? Ja, ich muss sagen, es war ein recht ausgeglichenes Spiel. Einmal hat die Druck gemacht die Mannschaft, einmal hat die andere. Aber ja, im Endeffekt bitte, dass wir das 1-1 gleich zwei Minuten nach unserem Tor bekommen, durch einen Standard. Ja, kann man natürlich besser verteidigen, aber ja, im Endeffekt können wir zufrieden sein mit einem Punkt. Haben uns aber natürlich vorgenommen, hier mit drei Punkten heimzufahren. Du hast ein Tor geschossen, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, oder? Ja, kann man so sagen. Also ich bin dann volle Wäsch mitgegangen, noch ins Strafraum, wollte unbedingt noch dabei sein beim Angriff und Venuto super durchgesetzt auf der Seite und dann ist der Ball zu mir gekommen, ich habe nur noch über die Linie schieben müssen. Bis dahin hast du eigentlich einen schweren Stand gehabt, oder? Ich habe so ein bisschen Probleme gehabt, ins letzte Drittel zu kommen, aber in der Situation warst du dann schon. Ja, ich bin nicht, glaube ich, sonst eigentlich kaum zum Torabschluss gekommen, aber ist nicht leicht natürlich gegen Rapid hier in Hütteldorf. Wir haben uns auch darauf eingestellt, dass wir mehr kompakt hinten stehen, defensiver spielen, mehr über die Konter spielen und dann ist es klar, dass man nicht zu so vielen Chancen kommt. Aber im Endeffekt haben wir wirklich gut gespielt, gut geämpft, gut gearbeitet, die ganze Mannschaft, Federposition, echte Top-Leistung abrufen. Leider wurden wir eben nicht mit drei Punkten belohnt. Da waren diese zwei Tore in wenigen Minuten und die Chancen danach, war das nicht die beste Phase von beiden Mannschaften eigentlich? Ja, also direkt nach der Halbzeit, glaube ich, sind wir über Rang gestartet, wir haben Gas gegeben, wir haben viele Chancen gehabt. Uns eben belohnt mit dem 1-0. Natürlich müssen wir dann cleverer sein, beziehungsweise besser verteidigen, dass wir nicht den 1-1 vor allem durch einen Standard bekommen, aber eben, ja, Standard ist immer möglich in einem Match. Christoph, lass uns, wir müssen noch über drei Situationen reden. Zweimal die Wurfgeschosse mit dem Unterbruch. Wie hast du als Spieler wahrgenommen, wie war es für dich? Ja, natürlich waren wir sehr nah bei den Fans beim Eckball eben. Man hat natürlich auch Angst um seine Gesundheit, kann einiges passieren. Ich habe gesehen, dass Jägermeisterflaschen reingeflogen sind. Die sind natürlich sehr schwer und können extreme Wunden uns erzeugen, aber, ja, wie man beim Raffer gesehen hat, hat er eine Wunde auf der Schulter. Und, ja, es gehört auf jeden Fall nicht zu diesem Sport und dafür müssen halt die Verantwortlichen sorgen, im Normalfall, dass das normal über die Bühne rennt. Du hast Jägerweisterflaschen angesprochen, kann man das als Spieler ausblenden? Ja, ich glaube, das dauert zwei, drei Minuten, dann habe ich es wieder vergessen gehabt, dann waren wir immer wieder voll im Spiel und fokussiert. Aber eine kurze Zeit bringt es sich natürlich raus und eben so eine Unterbrechung ist auch für Spieler nicht labernd auf beiden Seiten, weil mir einfach die Muskeln kalt werden und, ja, ist nicht gerade super für die Gesundheit. Die Situation in der Nachspielzeit, wo ihr den Konter gehabt habt auf das mögliche 1 zu 2, wo der Zuschauer hineingelaufen ist, Hand aufs Herz, ist man da als Spieler sauer, weil es war doch eine sehr große Chance für euch? Ja, also natürlich war es eine Riesenchance und sowas darf einfach nicht passieren. Und ich glaube, es haben Ewigkeiten gebraucht, bis Ordner überhaupt da waren, die sind lange am Feld gewesen. Und wir sind immer einfach runterbrennt, wir haben rechte Seite aber ganz offen. Wenn der Ball rüber zu Depaula kommt, glaube ich, steht allein vom Tor. Natürlich werden wahrscheinlich drei Punkte drin gewesen, aber im Endeffekt dürfen wir das heute auch nicht auf eine Szene drauf beharren. Wir müssen einfach das Ganze, wir haben 90 Minuten Zeit gehabt, das Spiel zu gewinnen. Letzte Frage von mir, was könnt ihr als Mannschaft mitnehmen nach dem Spiel? Ja, auf jeden Fall die positive Einstellung, dass wir 90 Minuten gekämpft haben, dass wir in die Zweikämpfe, glaube ich, weiter Strecken besser waren, dass wir uns Chancen ausgearbeitet haben und von dem her, glaube ich, dass wir die nächsten 15 Spiele noch super Ausbeute machen werden. Ich glaube, die Marschroute war, dass wir drei Punkte holen wollten. Wir sind gut reinkommen, die ersten Minuten, denke ich, haben wir gut den Ball laufen lassen. Dann nach der Unterbrechung war man immer ganz so ruhig am Ball. Da kann ich jetzt auch nicht genau sagen, warum das so war. Im Endeffekt, ja, wir haben da zwar noch eine gute Chance gehabt, zweite Halbzeit, die Austria hat auch einige Chancen gehabt. Von dem her ist das okay, der Punkt. Selber gesagt, diese Unterbrechung, du weißt nicht, wie man da wieder zum Spielfluss gefunden hat. Wie unangenehm ist es, da unterzubraucht zu werden? Es ist ja nicht das erste Mal. Ja, ich muss sagen, also für meine Konzentration, mich stört das eigentlich nicht. Bei den anderen weiß ich es nicht, aber wie gesagt, mich hat das jetzt nicht gestört. Und dass die Fans wissen, sie dürfen nichts reinwerfen, sie werden immer wieder ermahnt. Wie schwierig ist es da, als Mannschaft irgendwie auf die Fans zuzugehen, als Verein auf die Fans zuzugehen, damit man sowas vermeidet in Zukunft? Ja, natürlich muss man das besprechen. Aber im Endeffekt, in die 90 Minuten schaue ich auf mich und schaue ich, dass wir mit der Mannschaft gut spielen. Und ob das Spiel unterbrochen wird oder nicht, da musst du einfach so cool bleiben, dass dir das egal ist. Dass dann die Leistung abrufst am Platz und dich nicht beschäftigen, wer was reinschmeißt oder nicht reinschmeißt. Oder was der Schiedsrichter macht oder was die Gegner machen. Da muss man aufs eigene Spiel schauen und der Rest ist nebensächlich. Im Gegentor hast du keine Chance mehr gehabt, da anzukommen, oder? Der war noch abgefälscht vom Dehn? Ja, das war halt auch ein bisschen ein Pech, der schießt eigentlich, will in die kurze schießen, dann geht der in die Mitte. Ich weiß nicht, muss ich noch anschauen, warum der da so frei steht. Ja, im Endeffekt haben wir dann Gott sei Dank das 1-1 danach gleich gemacht. Und dann war dann halt immer viel Spielfluss, dann sind viele Bälle verloren gegangen im Mittelfeld auf beiden Seiten. Und ich denke, beide haben dann noch eine gute Chance gehabt. Aber im Endeffekt 1-1. Mehr war vielleicht auch heute bei uns nicht drin.